Hallo! Heute möchten wir euch ein Lied vorsingen. Ich habe dieses Lied vor einigen Jahren geschrieben. Die Leute, die bei unseren Exkursionen dabei waren, kennen es zum Teil schon. Ich bin immer wieder gefragt worden, ob ich das nicht mal online stellen könnte, weil dann die Melodie abrufbar ist. Ich habe den Leuten zwar einmal die Texte gegeben, aber man vergisst natürlich die Melodie. Und ich habe das schon so oft gesagt, ja, ich mache das, ich stelle das Lied online. Heute mache ich es, heute löse ich mein Versprechen. Endlich ein! Und es passt ja auch super in das aktuelle Geschehen. Es passt auf jeden Fall super in das aktuelle Geschehen. Und wir singen es zusammen, weil wir auch zusammen gehören. Jups! Wir sind das AHA-Team! Ja, das Lied heißt, was zusammen gehört, zueinander findet. Eins, zwei, drei! Was zusammen gehört, zueinander findet, Liebesmagnet uns miteinander verbindet. Als neue Menschen arbeiten, leben und wohnen, das Lied der Schöpfung wir neu vertonen. Gehe auch da und Gott, Mensch, Schöpfer! Wir stehen zusammen, machtvoll und tapfer! Einmal noch. Einmal noch. Einfach anders besprochen, ich weiß jetzt, warum ich dich, aber noch ein zweites Mal. Noch ein zweites Mal. Gut! Gott! Was zusammen gehört, zueinander findet, Liebesmagnet uns miteinander verbindet. Als neue Menschen arbeiten, leben und wohnen, das Lied der Schöpfung wir neu vertonen. Gehe auch da und Gott, Mensch, Schöpfer! Wir stehen zusammen, machtvoll und tapfer! Gehe auch da und Gott, Mensch, Schöpfer! Wir stehen zusammen, machtvoll und tapfer! Gehe auch da und Gott, Mensch, Schöpfer! Wir stehen zusammen, machtvoll und tapfer! So, jetzt könnt ihr das Lied singen und euch in die Welt tragen. Es ist wirksam, es ist nicht einfach nur ein Lied. Es ist ein Mantra, es ist ein Versprechen, es ist ein Machtlied. Spürt es, wenn ihr das denkt, es ist wirklich wie, ja, ihr gebt euer Wort, ihr gebt eure Stimme, ihr gebt eure Musik in die Welt. Und das braucht es! Sehr schön! Viel Spaß damit! Ja, genau! Macht's gut! Bis bald! Viel Spaß! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Gän, Gän! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020